Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute verkaufen wir unser... Unser Camping-Ausflug-Ferien-Haus-Zelt. Irgendwas davon nehme ich ins Titel, Freunde. Mit dabei heute sind Braxis, MBK und Kalle, Freunde. Wir sind diesmal zu vier. Und Braxis hat den Auftritt, Freunde. Er weiß gar nicht, wie das richtig funktioniert. Deswegen wird das extrem lustig. Schaut das Video bis zum Schluss. Lasst ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. So, wir sind hier. Ein bisschen. Okay. Was ist diese? So, das ist zum Tauschen, wenn man dann gekauft hat, sozusagen. Hier sind die Häuser. Okay, ich glaube, wir haben neun Häuser, Freunde. Minigames haben wir am Start. Und ja, das war's eigentlich. Das heißt, wir machen... Ich würde sagen, wir machen drei Häuser, ein Minigame. Nochmal drei Häuser, ein Minigame. Mir kann willst du anfangen, oder was? Ja, ich fang an. Ja, dann geh mal rein da, Junge. Boah, kranke, kranke Waffen. Also... Oha, dann. Ich hab Brexit. Hast du Dings? Money Glitch, oder was? Äh, wie bitte? Wie viel Geld hast du jetzt, ehrlich? Ich hab... so... 1K hab ich. Ja, okay. Der hat irgendwas mit Münzen gemacht. Okay, alles gut. So, Mirkan. Okay, das Haus... Also, Realtalk, hier ist ne Waffe dabei, wo ich nicht mal wusste, dass ein Kreativfoto drin ist. Ja, okay. Äh, und der Rest ist solide. 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 Also, ich komm raus. Und Startgebote, das Haus ist... Sagen wir 100. Sagen wir 100. Okay. Ich zahl dich die 100. Ich weiß nicht, wenn Mirkan solide sagt, ist es schwierig, Digga. Ja, hab ich grad sagen. Weil dann ist schon Schmutz, eigentlich. Ah, nein, also... Ich nimm's für 100, wenn ihr's nicht wollt. Was? Ja, 150 geht. 150 geht. 150 ist okay. Machen wir wieder 20er, Dings? Man darf über 20 minimal geben? Ich guck mal. Lass 50er Schritte, weil... Wir können 25. Echt? Ja. Okay, dann 125. Aber kann er auch lügen? Ja, ja, klar. Er darf lügen, er kann alles machen. Du musst halt ihn in die Augen gucken und gucken, ob er lügt. Und ich sag, er lügt nicht. 200. Oha. Starker Schritt. 225. Okay, Kalle ist angefixt, er will das jetzt haben. 250. Und diesen... Guck mal, du kennst mich schon so lange. Gib mir das. Jetzt kommt er auf die T-Schiene, Digga. Guck mal. Weißt du noch früher, Digga. So, wer hat 250 gesagt? Brexit. Brexit. Guck, 250 zum Ersten. Achso, warte, einen überbroten? Ne, ne. Also, ich bin raus. Ich auch. Dann brauchst du auch nicht zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten machen. Zum Ersten. Ja, okay, macht sie trotzdem durch. Zum Zweiten und zum Dritten. Oh mein Gott, wow, ich sie drauf. Okay, dann gehen wir rein und schauen, was er bekommen hat. Friends. Guck mal, ich hab gelogen mit dieser Waffe. Es ist echt solide, Digga. Aber nicht gut. Aber ich hab gelogen mit dieser Waffe. Ich wusste gar nicht, dass der Kreativmodus drin ist. Weißt du? Welche? Ja, ich kenne ja jede. Achso. Himmel, du hast einfach deinen Bruder verarscht, Digga. Das ist schade. Boah, Brexit, Digga. Brexit merkt dir das für die nächsten Häuser, die du verkaufst, Digga. Ja, ja, ja. Okay, jetzt musst du hier 250 reinpacken. Aber wir machen das nicht so, dass Milkan jetzt das Geld bekommt, weil sonst ist es so ein Unendlichkeitsding, Freunde. Aber Brexit muss natürlich hier 250 abdrücken und hat dann natürlich ein bisschen weniger. Das sind bis jetzt nur 100, wir sehen das. Er hat sich dann aufgesammelt. Hä? Was macht ihr denn? Was machst du da? Wir hatten einen Unendlichkeitsglitsch. Jetzt hat er kaum. Jetzt hat er. Okay, wir zählen lieber mit, Digga, Freunde. Man weiß nie. Die Leute verarschen immer. Okay, ich gehe jetzt nicht aus. Okay. So, ich gehe rein. Mhm. Okay. Eine DMR ist drin. 100. Und sonst noch eine starke Waffe, so eine Allround-Waffe. Also ich feiere die extrem. Ja, Pumpgun ist auch dabei, aber relativ Müll. Und noch eine geheime Waffe, Friends. Schwierig, Digga. Ich will euch nicht abziehen, deswegen sage ich 50. Ich biete 100, weil du so ehrlich warst. Hä? Oha. Ich bin raus, ich bin pleite. Okay. Ich sag 125, hä? 150. 175. 200. Darf er so? 250. Oha. Jetzt geht es ums Ehre, Digga. 300. Oh mein Gott. Oder Starfi nimm, Digga. Nimm 300. Ich hab ja nix davon, deswegen, ich sag euch, Jungs. Hä? Ich hab mich gelogen, Digga. Wie geht das das denn? Aber ey, ey, ey. DMR ist drin. Oder in Grau, du machst 7,5 Damage. Ist doch egal, ist DMR? Ja, da hab ich ein Plus gemacht. DMR macht schon. Okay, wir merken uns das jetzt mit dem Abgeben, weil das ein bisschen anstrengt. Weil im Endeffekt haben wir von dem Gold eh nichts. Dementsprechend hat Kalle jetzt einfach 700 und es geht weiter. Okay. Braxis. Ja, das ist mein Haus hier. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich gehe jetzt rein. Okay. Ah, boah. Tschiech, Freunde. Das Ding ist, das Startgebot, was du machst, nochmal für dich, wenn du ein zu hohes Startgebot machst und keiner bietet drauf, musst du es kaufen, damit du Bescheid weißt. Okay. So ein kleiner Schutz, dass man nicht sagt, okay, 500 Jungs. Okay. Also ich sag euch ehrlich, das ist auf jeden Fall besser als das Haus von André. Deswegen, ich würde sagen, ich sehe hier auf jeden Fall richtig geile Waffen. Mhm. Aber ich nenne euch die Waffen jetzt nicht. Okay, okay, okay. So, damit ihr euch selbst Gedanken macht, ob ihr mir vertraut oder nicht. Ja. Das Haus ist echt groß. Okay. Also ich muss, oha, ich muss sogar hier lang. Er will doch so, er will doch Haus verkaufen. Mit Quadratmeter und so. Ja, also ich sag ehrlich, Startgebot. Ja? Also, auf jeden Fall Huni. Warm oder kalt? Ähm, ähm, Ding, warm. Okay, okay. Huni. 200. Oha. 300. Hä? Warte mal, Brexit, sag mal, was für Waffen drin sind. Das ist auf jeden Fall, also ihr werdet das auf jeden Fall nicht bereuen. Hätt mir ein Ohr gefühlt, dass welche Waffen drin sind. 300. Uuuuh. 300. Bietet jemand mehr als 350 Euro für dieses wunderschöne Haus, was endlos ist? Ich bin ehrlich, wir beide kennen uns nicht, okay? Ja. Macht den ersten Eindruck nicht kaputt. Sind 400 wert oder nicht? Also. Nein, okay. Nimm dir weg. Kalle, aufs Werte. 350. Ich bin raus. 350 zum ersten. Zum zweiten. Kalle. Wollt ihr das echt jetzt immer durchziehen? Kalle, wir kennen uns nicht. 400. Das ist drin, seid echt ehrlich. Du sagst, es ist nicht wert, dass wir es können. Du hast echt schlechte Dinger. Dinger, okay, komm, verkaufe dann Mörkern. Komm. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Was ist das? Was ist das, hallo? Ich glaube, das war aufs Tabak. Mir gefällt die Quadratmeterzahl, so ein Quadratmeter. Dinger, das ist mir meine Wohnung wie in echt. Hallo, was ist das? Aber er hat uns alle Hoffs genommen. Ich habe ihm echt vertraut, Dinger. Dinger, warte. Das ist schade, Rex. Ey, aber auf, Junge. Wir gehen hier raus, Dinger. Mörkern fucking seine Bude ab. Hä, das ist doch nicht ernst. Aber wo ist denn die Etage, wo du meintest, oh, ich kann ja auch flanken? Dinger, wo das so abgezogen ist. Ich war selber geschockt, dass das Minigame aufbaut. Okay, wait. Warte, drei Häuser vorbei? Minigame? Ja, komm, stimmt. Wir müssen jetzt ein Minigame machen. Okay, einfach runterediten, wer runterfällt, hat verloren sozusagen. Okay, komm. Okay, drei, zwei, eins, go. Ehrlich, ich kann nicht editieren? Ja, weil die Wand gerade von jemandem besetzt ist. Ja, ja, dann ist, oh mein Gott. Hallo, Don. Nee, ich bin, ich bin einfach aus dem Brot. Dinger. Jungs, content again. Content. Nein, nein. Nein. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Wuh. Achtung, Achtung. Ey. Ich hab hier, ich hab hier. Nein, ich hab mich selbst runtergezogen. Ich bin voll idiot, Dinger. Oh, okay. Brex hat gewonnen, Bild. Der Added Wars macht immer extrem viel Spaß. Ich feier das auch nochmal. Kalle, hattest du auch Spaß? Sehr ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Ich komm von unten zu schauen. Ich kann nicht editieren, weil ich schlecht bin. Okay, aber das ist ein starkes Upgrade. Und dass der Verlierer auch was bekommt, ist nice. Woh, wo ist die jetzt hin? Geh runter. Ja, nur einer hat Saufer-Packs bekommen. Okay, dann würde ich sagen, der zweite Platz kriegt die. Gut, ich war zweiter? Wer war zweiter? Ich war zweiter. Ich bin der erster, ne? Du darfst hier die Chili-Packs nehmen. So, dann würden wir zum nächsten Haus gehen und Kalle muss verkaufen. Ich verkaufe euch das, wie ein Verkäufer. Ich hab noch nichts, ich hab immer noch tausende, ich hab noch nichts geholt. Das Haus sieht relativ groß aus, Jungs. Ich glaub, das hat was damit zu tun. Ja, ja, ich glaub, das ist riesengroß, Dinger. Leute, ich geb euch einen Tipp. Ja? Das ist ein Bolo-Haus. Kennt ihr Bolo, was er so spielt? Nee. Nee. Ist auf jeden Fall nice. Also, Bolo hat skin-technisch schon keinen Geschmack. Jetzt schreibt er in die Kommentare ihre große Arten. Also, no joke, es ist ein Dings goldene, wie heißt dieses, über Gold, dieses... Mystisch. Warte, ich geh mal ran. Mythisch, exotisch? Mythisch. Mythisch. Okay. Oder mystisch. Oder mysteriös. Kannst du ja aussuchen. Nee, nicht exotisch, es ist mythisch. Auf jeden Fall eine Waffe drin und es ist halt ein Bolo-Haus, wie gesagt. Ist relativ stabil. Ich hab grad vergessen, dass ich aufnehme und ich hab ja so eine Fingerhunting, ne? Hab ich ja euch erzählt. Ich hab das einfach gemacht und mein Gesicht sah richtig bescheuert aus dabei. Ich hab einfach vergessen, dass ich Aufnahmelaufen hab. Ich tu das jetzt wieder weg, Freunde. Okay. Eine mystische Waffe. Ja, und ein Bolo-Haus. Okay. Startgebot 150. Tchö. Uuuuh. 400. Oh, ich glaube, ihr... Ich geh direkt... Ich hab mit Bolo privat geschrieben. So ein Ding ist das. Ich geh direkt hoch. Er weiß, was er für Waffen drin hat. Wie viel hab ich noch? Ich hab 300... Wie viel hab ich bezahlt für meine... Für 300... Du hast 400 bezahlt, glaub ich. Was lang hast du? Ich bin 350. Du hast 500 bezahlt. Hä? Du hast... Jo, hör mal auf, Mann. Ja. Du hast 350 bezahlt. Jo, warum steh ich eigentlich bei so Grashalmen die ganze Zeit? Äh... Ja, okay. Ich bin raus. Du bist ein wildes Pokémon. Digga, ich bin raus. 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 400 ist geboten. Ja, 400 ist hart, Digga. Ja, ciao, Kakao, Digga. Ja. Sag euch, wie ist ein Bolo-Haus? Das ist wild. 450. Oh, Mann, da bin ich raus. Hey. 150 zum ersten, zum zweiten, zum dritten Verkauf. Ich hätte jetzt gedacht, Mirkan sagt noch so 500, weil er schon geguckt hat. Nein, nein. Er hat... Oh mein Gott. Digga, was ist denn? Das ist ein Bolo-Haus. Aber, aber, hier rechts, André. Oha, ja, okay, die ist geil. Nein. Ist da noch was? Ja, unten. Ich hab doch gedacht, das ist eine Dings-Relle. Die ist geil. Ja, okay, die ist wild. Damit rasiere ich, Freunde. Oder Bolo-Haus? Aber, Digga, ist heute, äh, verkauft dein, ich ziehe euch alle ab, Taco, oder was? Was soll ich mit Kohle, Junge? Da steht doch Bolo drüber, ist ein Bolo-Haus. Nein. Ja, aber spielt der mit Kohle, oder was? Weiß ich nicht. Ey, bis jetzt wurde jeder gefloppt, oder nicht? Ich war der Einzige, der ehrlich zu euch war, Digga. Schade, eigentlich bin ich bei der 31er. Aber ich bin dran, ne? Du bist dran, ja. Okay, guck mal. Mirkan jetzt nicht mehr vertraut, er ist richtig verletzt, Digga, menschlich. Er ist richtig verletzt, menschlich. Okay, guck, guck mal. Erstmal, ich passe euch alle, sage ich ja mal. Und zweitens, es ist wirklich, es ist krank. Ehrlich, Digga. Oh, Gott. Das ist ehrlich, Digga. Nein, wirklich. Okay. Das ist ein Bolo-Haus, da ehrlich. Warte, warte, bevor du was sagst, jetzt macht er hohes Startgebot, damit man denkt, er lügt nicht. Dann mit einem auf den, ich kauf das selber. Ich kauf das selber. Startgebot 200. Ich kenn ihn, Digga. 250. Jungs, da ist nur Scheiße drin, wenn ich sage es. Was labert dir das Wild? Guck mal, dieses Wild. Er labert. Er labert. Jungs, okay, doch 200. Nein, 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 du hast 250 gesagt. 200, Jungs. 250. Das heißt, du hast dann danach nur noch 400, wenn du das selber kaufen musst. André hat 250 gesetzt. Hä, was laberst du? Du musst dir 250 selber kaufen. Also, ich sage es mir jetzt. Also, will jemand bieten Jungs, sonst muss er für 250. Hey, was labert ihr? Ja, okay, let's go rein. Okay, zum Glück, Digga, das war gut geschaut. Oh, mein Gott. Das war sehr gut geschaut, will er dir. Digga, einfach odys. Na, okay. Digga, weißt du, was dich so was für macht? Ja, Spaß ist wild, aber das war's halt auch, ne? Was? Er kennt Glu gar nicht. Glu. Achso, die habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich direkt aufgehoben. Guck mal, hier diese. Ja, okay. Ja, ja, ich weiß. Ja, du bist dran, glaube ich, oder? Hier, ne? Ja, doch. Hier, oder? Nee, ich bin dran. André, ich bin dran. Alles gut. Ja, okay. Eine goldene Waffe auf jeden Fall. Zwei goldene Waffen. Ja, ja, ja. Gleich. Er macht hohes Startgebot. Weil, damit wir denken, dass er es selber kaufen möchte. Ist so. Aber da ist nur Dreck drin. Faith, er macht den Möckern. Okay. Ich sage euch ehrlich, wenn ich die Waffe bekomme, sieht es schlecht für euch aus. Ja, okay. Das ist ein Startgebot. 250. Ich kaufe, ich kaufe. 350. 400. 425. Yo, entspannt euch mal. 450. Ja, hast du gar nicht mehr. Ich habe 450 noch genau, oder? Du hast 350 bezahlt und 250 sind 600 und jetzt hast du nur noch 400. 500, 500. Hä? Du kannst auch 450 bieten. Du kannst auch 450 sein. Ja, hast du, 450, 450. Ja, warte mal, echt jetzt? Er hat doch 750 noch, oder nicht? Ja, ja, ja. Oder hat er das auch noch vorgegeben? Ja, ja, ja. Ich habe nichts gekauft. Der hat ja gesagt 450, aber er dachte, er könnte es nicht mehr sagen. Darum haben wir ihn aufgeklärt, er kann es sagen. Ach so, ja, ja, 450 musst du bieten, genau. Okay, 450. Bietet jemand mehr? 450. Brexit, gönn dir. Okay. Rein da, Jungs. Hast du die Waffe? Zwei goldene. Oh, die ist gut. Aber dieser Boombow, wenn ich den habe, Digga, ist gefährlich. Ich sage euch, deswegen. Ich habe nicht gelungen. Die Waffe ist zwar Müll, aber sie ist Gold. Ich bin ehrlich zu euch, Jungs. Seid ehrlich zu mir. Ich war auch ehrlich irgendwann mit dem Haus. Und wie? Sie sind richtig schön aufgeregt, dass wir es nicht gekauft haben. Nein. Hä? Also, ich bin echt gut beschmückt. Okay, Brexit. Minigame. Wo ist das? Wo? Ah, Minigame. Stimmt, wir müssen erst mal Minigame machen. Okay, und ich weiß jetzt nicht genau. Müssen wir mit Kohle zielen, oder? Das ist doch nicht schwer. Ich bin erster. Ich habe gewonnen. Weiter. Ach so. Yeah. Also, ich war der erste, der durch war. Ja, aber du hast ja nicht mit Kohle geworfen. Ich war der erste, der mit Kohle geworfen hat. Ich war der zweite, der mit Kohle geworfen hat. Jungs, von euch dreien. Hat irgendjemand gesehen, dass er mit Kohle geworfen hat? Ja. Ja. Guck mal, Kalle. Also, du bin ich erster? Die Schienbeinschone ab. Ich schiebe ich das daneben. Wer hat als zweites getroffen? Ja. Genau, Digga. Okay, Bruder. Ja, willst du die anstatt die? Nee, eigentlich nicht. Der kann Braxys dir annehmen, wenn er möchte. Ja, komm, gönn dir Braxys. Mirkan hat geschummelt, deswegen ist er diskreditiert. Ja, Braxys, komm, nimm. Komm, Mirkan, darfst du auch nehmen, wenn ich die. Okay, ich gehe mal rein jetzt, ja? Let's go. Dann zeig mal. Okay, Freunde, wir haben auf jeden Fall. Ja? Was haben wir hier? Okay, wir haben auf jeden Fall... Das ist doch ein Mirkan-Haus wieder. Okay, wir haben was Grünes hier. Kann man reinlustern? Das ist aber auch, ich sage euch ehrlich, es ist okay. Es ist okay. Ich bin diesmal ehrlich. Ehrlich? Damit kann man leben. Damit kann man auf jeden Fall was machen. Also, versprochen. Also wirklich, damit kannst du auf jeden Fall was machen. Es ist nicht groß. Startgebot 50. Okay, ich gebe dir die 50. Will jemand bieten? Du kannst auf jeden Fall was damit machen. 75. Ja, verlieren wahrscheinlich. Ich biete 100. 100. Mirkan. Wie viel Geld habe ich noch? 400, ne? Hm, ja. Ich mache 400. Echt? Ja. Digga, mit Großhand nimm. Oder? Normal Brexit kann mich nicht so mal verarschen. Ansonsten, wir sind keine Brüder mehr. Hä, das ist aber... Guck. Digga, was ist das, Jungs? Was ist das denn? Einmal den Kalle hauen. Einfach einen Fisch, Digga. Da kann man echt was für machen, Bruder. Da kann man echt was für machen. Da hat dich gelogen. Man kann sich heilen damit. Was? Labert ihr? Ich habe sogar 50 gesatzt. Nein, aber das passt mir gar nicht. Du wirst jetzt, du hast eine Angel und einen Fisch, Digga. Das war für dich bestimmt... Digga, jetzt gucken wir mal, ob wir gleich drei Leben haben. Ich kill euch gleich alle, Digga. Ich bin dran mit verkaufen. Okay, ich glaube, das ist das letzte Haus, oder? Letzte oder vorletzte? Weil es wird doch neun. Oh, hier ist auch noch eins oder das ist das Fight Map? Das ist eins, Digga. Okay, dann seid ihr ready. Wie viel Geld habe ich noch? Okay. Okay, natürlich. Natürlich. Ist ganz schlecht. Ich möchte 200. 200? 300 Startgebote. 200. Nee, hab ich nicht mal. Ja, Mirkan hat gar nichts mehr. Mirkan ist raus. Brax, sind wir noch alleine. Ich geh reingucken. Ja, geh reingucken. Brax, wir können Dings. Digga, Mirkan. Wir können zusammenspielen, Digga. Können wir teilen, Hälfte, Hälfte. Ja, wir können zusammenspielen. Wie viel habe ich denn noch eigentlich? Hä? Digga, guck mal, wie André sich immer verbündet. Das ist halt echt so. Das macht gar... Ich hab 300 bezahlt für das letzte Haus. Das heißt, ich hab noch 700, oder? Ich hab einmal 400 bezahlt bei dir, ne? Ja. Nee, 450 hab ich bei dir bezahlt. Ja. 400. Ich hab nicht mehr so viel. Äh, und 300 hab ich bezahlt. Drei, was? Das heißt, ich hab noch 250. Lass zu dritt holen. Okay, das heißt, ich kann beide Häuser kaufen. Ich hab auch 700, André, du vergisst grad mich. Hä? Ich wollt grad sagen. Hä? Warte, er hat 200 gesagt, André, lass Kalle die Frau kaufen, man kauft das Ding einfach. Digga, mach doch nicht. Okay, Kalle, nimm. David? Ja, ja, nimm. Komm rein. Ich hol das große Haus. Komm, komm rein. Ist es, ist es, Digga, ist es ein normales Dingsgewehr? Haktest du das Sturmgewehr? Nein. Ja, okay. André Haus. Pump Upgrade. Was, Digga, das sind alle, alle Waffen, die ich gar nicht feier, Digga. Was für ein André Haus. Nee, Mann, die meine ist OP. Ja, also, hätt ich's gekauft, wär ich traurig. Das ist schon Müll. Aber die eine Sturmgewehr ist okay. Das heißt, Kalle hat jetzt noch 500. Das heißt, um das hier instant zu kaufen, muss ich 550 bezahlen. Ich darf verkaufen, oder? Ja, aber es ändert ja nichts mehr. Ich geb 550 für das Haus, dann kann keiner mitbieten. Okay. Dementsprechend gehört's direkt hier. Ja, okay, Digga, gar keinen Sinn. Dementsprechend hast du Brexit. Nicht rein, nicht rein, nicht rein, nicht rein. Ich hab 250 noch. Ich und Brexit bieten zusammen insgesamt 750. Nee, nee, macht nicht zusammen. Sowas darf man nicht. Ja, verbünden heißt nicht zusammen bezahlen, Digga. Guck mal, wie du... Das hat sich jede Aufnahme mit Oremann gemacht. Komm mal rein und guckt euch die Waffen an, Jungs. Was ging in den Kopf von deinem Bauteam? Ja, okay. Also, man spielt die komplette Runde umsonst. Ich bekomm drei Items. Schmeckt. Ja, okay, wir haben verloren. Das gehen wir auch mit. Schmeckt. Das Ding ist, wir haben diese komische Fanbedienung, Digga. Deswegen kann ich nur vier Waffen mitnehmen. Hä, mach das so. Ja, aber wie willst du wieder zurückkommen? Hier, komm mit. Zeig dir. Ja, du musst den ganzen Weg laufen. Ja, aber dafür kann ich vier Waffen mitnehmen. Nö. Okay. Ja, ich mach ich auch. Okay. Ich lauf zurück, Freunde. Ich hab ein krankes Equip. Wenn ich das jetzt verliere, weiß ich auch nicht. Okay. Wir gehen in die Fight Map. Ich muss sagen, das letzte Haus hat sich gelohnt, Friends. Es gibt einen Shop. Oh. Okay. Wir gehen zum Shop. Nein, du kannst, glaube ich, nicht zurück, weil du keine Fernsehung hast. Warte. Doch, hier ist ein Knopf. Ja, hier wäre für umsonst. Okay, warte mal. 550, das heißt, ich hab noch 150 zum Ausgeben. Ich hab noch 250. Ja, okay. Mirkan, was mit dir? Ich hab noch 1000 in meinem Momentar. Okay, komm Mirkan, weil ich Ehre bin. Komm mal zu mir. Nee, alles gut. Hier, nimm die, Digga. Die. Weil ich kaufe mir die. Mein Lieblingssniper. Okay. André hat einen Fehler gemacht mit euch. Sollen wir alle Jaktik ja mitnehmen? Einfach für Spaß? Nö. Okay, wir gehen zurück. Ich hier, Team 2. Und dann gehen wir in den Fight. Let's go. Geht direkt los, was? Hä? Das ist hier die Fight-Fact. Hier, Digga, ich will meine Waffen auf den Boden. Nein, das ist Dings. Wer ist das hier denn? Ich hab keinen. Jo, was machst du hier? Ey, ich seh die Person nicht. Ey. Hul Dings Zettel raus und will was aufschreiben, Digga. Ey, ich kann's mal von hier bauen. Nein, kann man nicht. Okay, Braxis hat ein Leben verloren. Ja, wir sind leider überall gleich gespawnt. Leute prügeln sich. Ich höre nur Schießereien. Ey, ich hab das zweite Leben verloren. Digga, Kalle steht nur in den Büschen. Ich hab keinem auch in den Büschen. Ja, okay. Okay. Nimm ich so. Weil, die Campen. Klack, Digga. Ist das wirklich ernsthaft? Wo bist du? Ich find nichts. Aber wirklich gar nichts. Oh mein Gott, meckern. Ich weiß nicht, wo André ist. Ich weiß nicht, wo André ist. Warum droppst du deine Waffen? Ja, dropp ich nicht. Nein! Boah! Was ist so eine broken Waffe, Digga? Ich hab zwei Leben verloren. Und wer hat denn auch die Parade? Die epische. Komm mal drauf. Och Digga, das ist so. Mensch, Digga. Wie sich alle hier im Busch feiten, Digga. Digga, also. In Zuwege. Es geht hier richtig um Ehre gerade, Digga. Boah. Junge, ich bin einfach im Ball. Ich seh nix. Digga, so André. Ja, irgendwie OP sind die Waffe, Digga. Okay, ich hab drei Leben verloren. Wie sieht's bei euch aus? Ich hab noch ein Leben. Okay. Okay, ich hab keinen mehr. Okay. One on one. Aber wo's Brax ist? Ich weiß nicht, wo Brax ist. Ja, er hat sich verschanzt, Digga. Brakkies? Nee, ich sag gar nix. Ich sag gar nix, sag ich. Guck mal. Lücker findet dich. Er enthexert, glaube ich. Sag mal, wo bist du? Da, wo du nicht bist. Er ist bei Pyr. Wir haben viel zu viele Püsche, Digga. Okay. Wie er ist bei Pyr? Ja, bei Pyr. Also, ich seh Brax. Oh. Will die Schießerei. Okay, Digga, komm. Hä? Will die Schießerei. Oh mein Gott. Und? Nein. Okay, er hat quasi einer fehl. Hey, wo hat der Chili? Er hat doch gewonnen gerade. Den Edit-Parcours. Okay. Sorry, Campen. Großgeschrieben bei dir, Brax ist. Na? Sicher wird er das? Oh, zehn, ne? Hä? Okay. Sieben wieder, wo ist er? Weil auch jeder weiß, wo es heißt. Gut. Okay. Bin gespannt. Ich weiß nicht, wo Brax ist. Wäre geil, wenn ihr euch nicht im Busch fightet, Freunde. Weil das sehe ich gar nicht. Okay. Komm, Brax ist, ne? Wow. Wo ist er? Oh, oh, oh. Let's go. Brax ist, Digga, du musst das gewinnen. Nein. Ja? Der, diese Giz-Canon ist zu wild, Mann. Ey, jetzt ist jedes Mal. Warte mal. Hä? Wo ist mein Ding? Wo ist mein Splash jetzt hin? Du bist nicht drin. Äh, ich hab doch nur welche, weil ich Zweiter geworden bin. Komm schon, komm schon. Brax ist, tu es. Oh. Digga. Oh mein Gott. Er dodged alles. Wo ist er? Ich weiß auch nicht, Freunde. Ich weiß auch nicht, was er macht, Digga. Okay, okay. Nein. What? Oh mein Gott. Wie spannend, Freunde. Okay, Freunde. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lass einen Like da. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Ciao.